Hallo 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 Und nochmals Hallo Guten Tag Wie geht's, wie steht's, Leute? Eigentlich möchte ich das Video relativ kurz halten, also bringe ich's direkt auf den Punkt Ich mache keinen Cut Dann, boah, wie erklärt man das jetzt am besten? Also, ich habe jetzt Ferien und habe gesagt, ich möchte vorproduzieren Ein Problem Momentan ist leider Also, es sind ein paar Dinge vorgefallen, die mir so ein bisschen die Motivation halt stehlen Also jetzt nichts Schlimmes oder so Alles gut, Leute, aber Wir kennen alles am besten Okay, also Also, ich wurde halt jetzt schon von mehreren in meiner Schule und so weiter privat halt auch angesprochen Von wegen, ja Sie ist aber nicht gerade so glücklich aus, was passiert und so Und, ja Es sind halt Dinge passiert Aber das ist auch unwichtig Ich möchte euch da gar nicht wirklich mit reinziehen oder so Also, macht euch da keinen Kopf Und ich wollte jetzt halt so ein bisschen Also, nachher mit dem Vorfeld Also, das ist alles soweit geklärt, ich habe mit einer bestimmten Person darüber geredet und so weiter Aber diese Person hat mir halt auch geraten, dass ich quasi jetzt ein bisschen Abstand halte und so weiter Erstmal die Ferien von allem, so Von allem, allem Was mich halt irgendwie belasten könnte und Ja, YouTube ist halt einer dieser Dinge, sage ich jetzt mal, die mich belasten könnten Aber ich werde, also ich verspreche, dass ich was wie Gameplays hochladen werde häufig Und ein bisschen halt euch auf dem Stand zu behalten Ich möchte halt nicht komplett aufhören Ich möchte jetzt mir halt den Rad anser Also, mein Herz Bäh Den Rad an mein Herz legen quasi Und ein bisschen Abstand von allem halten Ich glaube, das wäre halt besser Wenn ich einfach mal die zwei Wochen jetzt nutze Um mir einen klaren Kopf zu verschaffen Und, ja, keine Ahnung Ich meine, da wird jetzt einer sterben, da wird jetzt einer sterben Der, ja, dieser Ping Dieser Ping Er wird kein leichter sein Okay, gg Und das war halt einfach nur so jetzt eine Info quasi Das hier wisst ihr das nicht mehr regelmäßig Videos kommen werden Also, beziehungsweise schon Ich werde halt ein paar Gameplays schneiden und rendern Und dann Für die Ferienzeit hochladen Und ich werde versuchen Ein bisschen voll zu produzieren Wegen Hab ich ja glaube ich schon erwähnt Wegen den Abschlussprüfungen Ich kann jetzt nach den Ferien Also Jetzt halt quasi alles noch so ein bisschen Chill Time Und jetzt geht's richtig los bei uns Direkt nach den Ferien Direkt Erster Schultag in der Arbeit Dann Ähm Dritter Schultag in der Arbeit Und dann Den einen Samstag Kann ich auch nicht Irgendwie an dem Computer oder so Weil ich von morgens bis abends bei einer Freundin im Krankenhaus bin Die wird operiert Ähm Und generell wir lernen und lernen und lernen und lernen Für diese scheiß Abschlussprüfung Und boah Na gut Ich hoffe ihr habt da ein bisschen Verständnis mit Dass ich jetzt nicht so motiviert bin Aber es hat seine Gründe Wie gesagt Ich hab mich vorhin 20 Minuten ca. mit einer Person darüber unterhalten Meine engsten Freunde wissen Bescheid was los ist Also keine Sorge Und dann würde ich sagen Sehen wir uns einfach dann beim nächsten Mal Und tschüss Was ist alles Kann ich gerne Fuck Ver%, gasp, 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 Bis zum nächsten Mal.